herzlich willkommen zum nächsten quiz diesmal alle normal pokémon nennen ja wir haben jetzt mal alle generationen durchgearbeitet bei der war das letzte jetzt kommen die ganzen typen dran ich fange natürlich an mit normal ich habe schiss werden wahrscheinlich ein schocken das normal angeht aber ich würde sagen ja wenn das küsse machen wird es ist wie gesagt in der video beschreibung ich fange einfach mal an mit mautzi snobili cut snobili hat so haupt sie tauboga taubos rat ratz radikal habi tag ibi tag so fangen wir erstmal mit den normalen fichern gen 2 haben wir visor und isenior cut und noch gen 3 haben wir schwalbini schwalboss schwalboss geradax und zick zack gen 4 haben wir die die zah wie die pass starre lily starre bia und star ab gen 5er mit düsselgur nein nur mit einem düsselgur navi taub zack rief kris nagel lot guck mal da guck mal da guck mal mal da mein gott karloss an die koppel die da fände auch leufeo und pyro leo ein das haben wir noch die äh pepec äh trompec und du kannon dann haben wir mann guni und mann dollar voli volok ist ein anfang herr raffle und schla raffle geige haben wir noch evoli und das ist das letzte giga dynamax relaxo die sui haben wir ursa luna damit hier hier oder ja damit hier an mir ich schreibe das wie keine ahnung waschack hier eroniemann haben wir noch ein paar der fragt uns ähm das ist ja wirklich freundlich nicht ein und fragt uns dann wird sich freundlich nicht ein wird sich verarschen warum fällig freundlich ein egal ja nicht egal weil ich hatte ihn gerade erst egal dann machen wir erst mal den 1 weiter ähm porigón ditto mit so viel normal pokémon in gen 1 wo du so die um luft nur 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 renter war blue altaria ist kein normal pokémon Aspiror Aspiror Schlappor Welche mega fehl wird er noch? Mega normal Pokémon Pangamo Naira Chaneera Taira Peace, keine Mamfraxo 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 Blumel Krakelo Gravums Sengu Fällt mir noch ein Normal Arzois Amigento Typ 0 Formeo Richtig Es ist ein Fester, sein Höhen Keine Ahnung Griffel Ambi Griffel Unova Einal Ähm Da ist noch eins Abisofunk Das ist davor Das ist danach noch ein Normal Melu 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 Etta Melu Etta Oh Was ist denn das Tauros ist das Tauros ist das Tauros ist das Einzelstehendes Normal Pokémon Bei Hekleon Das letzte Nach Krawums Und Frau Eneko Gibt es noch Normal Pokémon Was Eines Auf jeden Fall Pandir Ist denn das da Keine Ahnung Keine Ahnung Sinnoh Was fehlt uns Sinnoh 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 Für uns Einiges Blau Da Gai Äh Azure Ist das Charmian Schnurrgas Schnurrgas So Richtig Puri Gond Zwei Und Puri Gond Set Stimmt Wir müssen Schauen Was wir In Lotto Noch Haben Normal Pokémon Jotro Da war Das H Mit Damit Hier Wir haben Hier Flex Ich schreibe Man Das Ding Und Farb Igel Weiß Ich Wer Schreibt Da Mir Mir Black Ja Wir haben Stand Zwei Hat Mal Ja Miltank Miltank Ähm Hier Die Ursa Ursa Ring No Was Find Auch Noch Vier Stück H Und Davor noch Pico Chilla Chilla Bell so nun mal fertig session kanto höhnung war mega luschen gegen deine max barrikadax ist das normal ist es das letzte normal pokémon in gen 8 keine ahnung alola long farigira fändischen links habe ich war auch schon mal in finali der 106 33 ist hallo uahle Carlos, was fehlt uns denn noch? Carlos Kann ja nach alles kauft, was nach alles sein Iguana Und Elisad Carlos, fertig Skalar Was zum Teufel ist Skalar? Ja, cool, die heißt die Freundin Sinnohin ist auch noch zwei Ich komme eher auf Sinnohin, Alola und Yotu Als auf Galar und Paidea Asturso Galorsi Ja, nur die Ja, nur die Wie schreibt man das? Ja, nur die Ah, und er Jotu Sinnohin Haben wir da Irgendeine Weiterschnung von Kanto Schluplek Ja, wir haben Schlup, aber Schluplek nicht Lohna noch ein Singlemon In Sinnohin noch Ein einzelnes Singlemon Jotu noch drei Das ist krass Hallo, dann noch eins So So Wir haben ja auch fertig E-Gi-Gi-Gas Noch mal nach Lettik geschaut Jotu 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 Was ist das? Was ist das nicht? Jotu Dummiesel Und Dummo Nee Dumm Dumm Miesel Heißt Egal Ich hab'n Dummiesel Bekommen Ja, keine Ahnung Lufluft Girafari Kommandut An Servol Dummiesel Heißt das Mopex Affitis Proxys Ach, bei der aber nicht raus Da hab ich immer froh, wenn ich jetzt nur die anderen kriege Aber bei der aber nicht raus Na gut, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, ist gerne ein Like und ein Abo da Und dann sehen wir uns beim nächsten Quiz, beim nächsten Typen-Quiz wieder Bis dann Und Ciao